Es ist ein Buchgenuss, zu sitzen und einer Bachschuhfuge zuzuhören und die einzelnen Stimmen parallel zu verfolgen. Natürlich muss man da sich konzentrieren. Denn Bach selbst ist ja sehr komplex. Ich selbst spiele Orgel und da ist das mit... Natürlich selbstverständlich spiele ich dann verschiedene Fugen, die diese Komplexität aufweisen. Und da ist man schon beim Spielen selbst ja gezwungen, die einzelnen Betonungen so zu setzen, dass auch die einzelnen Stimmen zum Tragen kommen. Und nicht nur als da irgendwo im Hintergrund verschwinden. Also das ist auch anzuraten, mal Musik, klassische Musik, nicht nur sich berauschen zu lassen von der Hauptmelodie. Sondern da hören, was machen die Geiger, was macht der Bass, was machen die Cellisten. Ja, das ist hochinteressant. Aber das sind Dinge, auf die man verweisen muss. Wie Goethe sagte, man sieht nur das. Und das können wir auch transponieren hier in dem Fall in die Musik. Man sieht nur das, was man weiß. Wir sehen nur in einem Bild das, was wir wissen. Und wir hören auch nur das in der Musik, was wir wissen. Was wir nicht wissen, hören wir nicht. Aber jetzt durch den Hinweis, ja, und wenn sich der eine oder andere hinsetzt, wird er plötzlich auch noch zusätzlich etwas anderes hören als bisher. Wir brauchen immer den Hinweis auf die Dinge. Interessante Aspekte alles. Interessante Aspekte